So, und wenn ich aufstehe, bricht hinter mir die Scheiße zusammen. Deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu Posing Special Experience by Ferris MC mit Stieber Twins, Doppelkopf, 1, 2, 5 Sterne Deluxe, fettes Brot, Underground Sauce Und wie sie nicht alle heißen, Alter. Und jetzt schauen wir uns an, was ich auf der Bühne mache, Alter. Genau. Wie ist mein Name? Ja! Das war nicht ganz komplett. Wie ist mein Name? Ja! Schön! Okay. Ja, alle Hände hoch, denn das ist ein Überfall. Ja, alle Hände hoch, das ist ein Überfall. Alle Hände hoch, das ist ein Überfall. Alle Hände hoch, das ist ein Überfall. Alle Hände hoch! Wenn ihr unten mit mir seid, ich schwing die Zunge wie besser. Schießt mit Worten, trefft sich auch wie Manchester. Wenn ich wieder über Rapper lässer, hier schlechter sind als das Prima-Väder. Sprechgesagt, wo zieht sich meine Frau mit Penis und Männer mit Mutti. Ja, das war Faris MC live auf der Bühne mit einigen seiner Solo-Sachen. Damals war es noch FAB und wir haben heute Faris MC als Interviewpartner vor die Kamera gekriegt. Er wird jetzt direkt meine Fragen beantworten. Faris. Wie war das so bei FAB? Wann hat das angefangen? Wann hat das aufgehört? Alter, ey. Ich glaube, das hat irgendwie 90, 89 angefangen. Dann 93 mit IMO und so. Und 97 ging es dann wieder auseinander. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf Solo-Faden. Das ist ja super, Faris. Und sag mal, Faris MC, du hast jetzt irgendwie Solo-Projekte am Start, irgendwie, habe ich gehört. Irgendwie, du willst dich jetzt irgendwie rausbringen bald irgendwie. Du willst mit irgendwelchen Major-Plattenfirmen verhandeln und mit denen in Kontakt kommen und so weiter. Ist das denn die Möglichkeit? Du willst es wirklich tun? Ich habe mir so gedacht, weißt du, ich war halt mit FAB auf Sony Epic halt auch drauf zuletzt. Und ich dachte mir, die Jungs sind cool. Und ein geiler Typ gehört zu einer geilen Plattenfirma. Und die haben auch das nötige Budget dann für mich, um mich zu unterstützen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich unterschreibe bei Sony Epic und bring da in gekoppelter Zusammenarbeit mit Yo Mama meine erste Solo-EP dann raus. Die wird dann Asymmetrie heißen. Warum? Ist ja logisch. Hat man mein Gesicht im Bild? Das ist super, Faris. Faris, du bist der Coolste, der Geilste. Wir wissen, du bist einfach super spitzenheftig. Und alles, was du personifizierst, das ist einfach das, was keiner irgendwie bisher gebracht hat. Und deswegen lieben wir dich. Und ich danke dir für das Interview. Ja, meine Damen und Herren, das war Faris MC von Faris MC. Und Faris MC verabschiedet sich auch hiermit mit dem Interview mit Faris MC. Im Zeichnitz, Freak, Faris, Wasser, Liebherr, Freak, Flo. Wenn da vor dem Bild Zeit für die Freakshow. Eine Bazzi schreibt, eine Freak schreibt, bo, bo. Das Montenmisch hat euch wacht, well, bevor ich go go. Manchmal bin ich nicht high, wie viel wenig auch es brauch. Dann fühl ich mich wie Michael Douglas im Falling Town. Meine Lunge schwarzvermaßt. Mein Blut zu unrein. Für Führerschein. Aber Rolling Stone ist ein Nierlein. Einsamkeit mir fett fort. Ich schreib Rap-Extrem-Sport. Meine Frauen, die Tracks, treib'n's mit mir an jedem Wort. Wort für Wort. Heute, jeder Freund, der joint den Licks. Der zweite, ich lieg' bereit, so vor mir den ersten Ausdruck. Gebrod, um zu sterben. Ich geb mir den Vollzeit-Flash. Rüsel das Crash, um Mess. Das für Blau, ich cash auf Tisch.